Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt vom lieben Fussel und von mir. Und wie man ganz unschwer erkennen kann, wir sind in Minecraft. Nein, natürlich nicht. Echo. Hallöchen, willkommen zurück auf Echo. Ich liebe es. Ach. Wieso zurück auf Echo? Ganz einfach. Bei mir ist es Staffel 2. Ich war ja schon mit dem Affen mal auf der Insel. Aber der ganze Stress. Weißt du, Niklas, ich habe so viel zu tun, so viel Stress. Und da habe ich mir gedacht, ich gehe wieder in die Natur zurück und versuche zu überleben. Das ist viel, viel einfacher. So. Ja, natürlich. Vor allem nachdem wir ja auch gerade schon in der Natur waren. Aber gut. Okay. Ähm, ja, Echo. Mensch. Gut, da haben wir aber nicht überlebt. Keine Ahnung. Gut, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Du bist hier der, ne? Du hast Haare auf dem Kopf, du weißt alles. Ja, wie geht es denn dir und deiner Chemotherapie? Das, ähm, ich meine, finde ich ja schön, dass du nach der Chemo erstmal eine Auszeit nimmst. Ja, du weißt ja, der ganze Stress und so, das muss man auch machen. Ja, man kennt das, man kennt das. Ich finde das auch schön, dass du dich wieder als Frau verkleidet hast. Das wird ja wieder was hier. Ja, ich habe keine Ahnung. Wie ging das? Ich weiß es mal, wie leid, dass du springen kannst. Das ist schon mal sehr gut. Finde den Meteor am Himmel. Meteor? Wo bist du? Hallo? Der kommt alle Jubeljahre mal vorbei. Und dann gucken wir uns den an und dann werden wir feststellen, ich habe wieder an der Konfiguration rumgefummelt. Den Server, den wir haben, haben wir jetzt für 90 Tage. Und genau so lange haben wir auch Zeit. Das Blöde ist nämlich, in der Zeit, wo wir nicht spielen, läuft der Server ja weiter. Oh nein. Doch. Und dann haben wir ein Problem. Ich glaube da hinten noch nicht, das ist das I von Niklas. Achso, ja, okay. So, was haben wir denn noch? Tab-Taste, dann kommen wir hier weiter. Der erste Schritt ist, einen geeigneten Ort für ein Lager zu finden. Es ist möglich, eine gute Idee, einen Ort zu finden, der nah an Ressourcen wie Nahrung, Steinen oder Bäumen liegt. Öffne deinen Rucksack mit B oder durch Anklicken des Symbols Rucksack. Beziehe die Starter-Zelte in deine Werkzeugliste und wähle sie aus. Das ist 8. Platziere dein Starter-Zelt an einem guten Platz. Hast du schon was platziert? Ich sehe noch nichts. Nein, ich bin hier gerade im Blaumodus, aber ich könnte platzieren, aber ich glaube, es ist ja nicht so sinnvoll. Ja, hier ist ein bisschen eng, ne? Gucken wir nochmal, wo können wir denn mal hin? Ist eigentlich gut. Ja, wir werden hier sowieso alles verändern, das ist ja das Problem des Ganzen. Das ist das Schöne. Ja, wir können ja, also wir können natürlich später mal in ein gemeinsames Haus ziehen, aber jetzt müssen wir uns erstmal, glaube ich, einsam in unsere eigene Hütte legen. Traurig. Er ist, ne, platzieren ist so. So, ich hab platziert. Achso, wir wollen doch hier schon platzieren, okay. Ja, ja, sie sagten ja, ne? Du sollst Lebensmittel, Steine und Bäume in der Nähe haben, das hab ich. Gut, jetzt ist vielleicht nicht ganz so schlau gewesen hier so nah dran, aber hey, mein Gott. Okay, wie kann ich denn drehen? Ah. Hauptsache, ich komme hier rein. So, take land claim papers from campsite sleep. Ich muss den Server, glaube ich, wirklich mal auf Deutsch umstellen. Kannst du mir sagen, was du willst? So. Wäre es sinnvoll für uns beide englischsprachigen Fachkunden? Ja, ich weiß noch nicht, ob das so einfach geht. Ich weiß auch nicht, warum der Server jetzt schon wieder auf Englisch ist, aber na gut, mein Gott. Ich hab's aber auch auf die Schnelle nicht gefunden. Das, äh... Hast du Reis gefunden? Reis? Nein. Ich glaube nicht. Schade. Ich habe... Bei euch hustet alles in der Familie, oder? Ja, ja, da wusste ich halt alles. Das ist... Das ist auch, wenn man so Kinder hat, das sind so kleine Biobomben, weißt du? Na, ja, das ist... So, wenn du Objekte platzierst, werden sie öffentlich zugänglich sein, es sei denn, sie befinden sich auf dem Land, das dir gehört. Glücklicherweise besitzt du bereits das Land rund um dein Lager. Wenn du Häuser oder Objekte außerhalb deines Gebietes baust, dann kann jeder damit interagieren. Öffne dein Zelt, indem du es ansiehst und E drückst. Das kriegen wir doch hin, E. Ah, Kämpfer, ja. Da verbrauche ich Stein und Holz. Zwölf? Meine Workbench. Das ist ja hart. Bett, schlafen, Lagerplatz, Kredit, Status, Benachrichtigung. Oha, bei dir ist ja was los, wa? Naja, das ist... So, durchklicken auf den Namen des Grundstücks. Äh. So, dann haben wir jetzt hier den Niklas Gaming eingefügt und ich glaube, dass du dann jetzt auch hier auf den Bereich darfst. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber das kriegen wir noch hin, das ist nicht das Problem. So, Bett, schlafen, kann man machen, Campfire, dafür brauchen wir Steine. Wie kriegen wir denn Steine? Jetzt müssen wir doch erstmal Werkstätten. Öffne die Autorisierungs- UI. Durchklicken auf den Namen des Grundstücks. Berechtigung. Benutzer hinzufügen. Niklas. Ich glaube, der kümmert sich gerade ums Kind, oder? Das ist immer bei Let's Plays immer schwierig, wenn man Familie hat. Drag the Steinex to the Toolbar. Die Steinex. Steinspitzhacke, oder? Ne, Steinex. So, diese hier. Teeny Stockpile, Lagerplatz. Kann man da was reinbauen? Ei, 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 ei. Stimmt, ich brauchte ja ganz viele Kisten. Das war ja auch so eine Sache, die mir da immer zum Verhängnis wurde. Was brauche ich denn alles? Das ist der, 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 der Spitzhacke. Kommt dann als nächstes. Man hat einfach viel zu wenig Platz auch. Das ist das Problem. So, eine Schaufel kann man immer gebrauchen. Und die Axt kann man auch immer gebrauchen. Und dann müssen wir mal losgehen. Drag the Steinex to your Toolbar und select it. Habe ich gemacht. Wir machen einfach mal was kaputt. Timber! Da ist es, jawoll. Ach, herrlich. Ach, stimmt. Da musste man ja auch noch draufhauen, ne? Das war die... Das Shop, genau. Das war so Kleinholz, was man auch immer wieder gebrauchen kann. Und dann musste man ja irgendwie sich da was zurechtböngeln. So. Wir haben auch übrigens gesagt, wir wollen kurze Folgen machen. Das heißt, wir moderieren sozusagen die Folgen an. Was natürlich bei so einem Spiel wahnsinnig gefährlich ist. Weil, äh, man, äh, natürlich bei so einem Spiel ruckzuck, äh, ja. Ihr wisst schon. Ähm. Mehr Lagerplatz habe ich nicht. Das ist mein Stockpile. Äh, äh, äh. Aber, Herr Niklas, hören wir uns jetzt endlich mal wieder? Oder ist das jetzt hier ein Single-Let's-Play? Das ist die große Frage. Aber das sind immer so diese Probleme, wenn man anfängt aufzunehmen. Ähm. Ja, ich weiß auch nicht, äh, ich muss jetzt wieder raus tappen oder auch nicht. Weil ich kann nicht sagen, warum ich ihn gerade nicht höre. Keine Ahnung. Was da wieder los ist. Er hat sich selber sein Mikro gemutet. Das ist nicht so schlau bei einem Let's-Play, finde ich. Hörst du mich jetzt wieder? Ja, du solltest vielleicht dein Let's-Play mal, ne? Ja, okay. Oha. So, ich hab Steine. Ich hab 14 Steine, das würde doch jetzt reichen, um ein Lagerfeuer zu bauen. Beschneiden war noch Holz. Kannst du mir bei mir wegnehmen? Oha. You had to hand you to work. Äh, äh, ja. Kann ich denn... Ich brauche Hunger. Okay, vielleicht muss ich erst mal... Oha, Mann. Das ist nämlich der große... Die große Schwierigkeit hier. Dass man, ähm, an sein Essen denken muss. Okay, mal kurz die Frage, wo sehe ich mein Essen? Ist dieses Brot, ne? Äh... Äh, ja. Ähm, ich sehe nur gerade hier irgendwas mit Graben. Warum kriege ich denn diesen Baum hier nicht kaputt? So. Wollen wir noch Steine? Ähm, ne. Oha. Okay. Oha. Ähm. Gut, ich muss... Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Was? Ich stelle... Ja, das ist Campfire. Ich hab jetzt ein Campfire bestellt. War das jetzt falsch? Ich glaub nicht. Zieht auf den Boden, halt den linken Maus, um eine Schaufel voll mit Erd zu erhalten. Ja. Also, das wissen wir auch, wie das geht. Ich glaube, ich verstehe ich. Alter. Connect World Riot. Platziere zehn Baumstämme im Lager. Bäh. Wie kann ich denn so einen komischen Busch wegmachen? Ja. Hm. Ah. Mit einer Schaufel, glaube ich. Genau. Oh, jetzt hab ich. Okay. Sehr gut. Wie gesagt, und wenn du Bäume fällst, dann gibt da so ein Crop, so ein Cropzeug, das da liegen. Und das brauchen wir auch. Das kann man also alles hier gebrauchen. So. Ich möchte nicht jetzt gar zwei Stangen. Hey, ich hab doch... Wir müssen unbedingt Trennen bauen. Zeitaufwand 0%, Ressourcen 0%. Okay, das läuft schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, wie ich hier Steine hinkriege. Ach, herrlich. Das erinnert mich an so viele schöne Momente. Kann ich denn... Jetzt geht die Sonne schon wieder unter oder geht sie gerade auf? Ich weiß ja, wenn man hier nicht so... Ja, die geht unter. Ach, schön. Okay, wie kann ich denn hier Lagerfeuer machen? Soll ich jetzt mir mal... Lagerfeuer. Sehr interessant. Oder eine Workbench. Irgendwie irgendwas bauen. Bauen? Bauen. Du sollst nur sammeln. Oh, da ist ein fetter Otter. So, platziere zehn Baumstämme im Lager. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Weil man kriegt mit diesem Tutorial natürlich eine Menge hin. Das ist gut, wenn wir das am Anfang auch nicht überspringen. Weil man denkt, ja, man kriegt es eh schon. Ne, das sollte man, glaube ich, nicht machen, ne. Ne, ne. Wie war denn das nochmal mit dem... Wie krieg ich denn Stockpile, Lagerplatz? Genau. Dann muss ich das doch einfach nur... Ne, hier, wie war denn das? Ich muss mich nur an die Tasten. Zehn. Ha! Geschafft. Super. So. Was muss ich denn noch machen? Äh, Target some Kalkstein, Sandstein, Schiefer oder Granit in Left Click to Break irgendwas. Even Point. Moment. Ne. Da habe ich doch was, da habe ich doch was. Du hungry to work. Oh. Also wir müssen uns echt mal Gedanken ums Essen machen, habe ich das Gefühl. Wäre nicht schlecht. Glaube ich. Das Blöde ist halt... Wo war denn nochmal? Wo ist denn? Ich bringe ja nicht mehr durch. Ich würde ja hier gerne auch mal aufräumen, aber... Äh... Lagerplatz? Ich meine, ich habe ja hier so ein paar Sachen, die ich essen kann. Warum esse ich die eigentlich nicht? Wo war denn das Brot nochmal? Brot hört sich immer gut, aber... Wie lange dauert es eigentlich in der Regel in einen Baum zu fällen? Ah. Nicht so lange. Fall gelegt. Hast du gerade Timber gerufen? Nein. Kommst du noch auf? Warum geht es nicht auf? Irgendwie... Darf ich nochmal draufschlagen muss? Und diese Geschichte gilt übrigens auch für Stein, ne? Also wenn du einen normalen Stein hackst, auch dann musst du immer gucken, ob der klein genug ist, um transportiert zu werden. Das habe ich schon rausgefunden. Rausgefunden. Perfekt. So, Herstellung wird durch ein System namens Arbeitsaufträge durchgeführt. Arbeitsaufträge können während des Fortschritts in einer Warteschlange gestellt und neu angeordnet werden. Okay. Arbeitsaufträge verwenden in der Nähe befindliche Tische und Speicher. Das ist auch gut. Lagerverbindungen können durch die Interaktion mit den Tischen verwaltet werden. Du können mehr Produkte bestellen, als du Zutaten hast. Arbeitsaufträge werden je nach verfügbaren Ressourcen angehalten und fortgesetzt. Okay. Jetzt haben wir natürlich nur das Problem, dass du mich mit deiner mal eben aus Discord gezogen hattest. Genau, beziehungsweise auf dem Ausnahmeprogramm. Wo sind wir denn gerade? 17 Minuten. Ne, ich habe das im Blick. Alles gut. So, und dann finde das Rezept für die Werkbank. Okay, was hat die Kleine denn? Verschlupft. Da braucht man so einen Aufstand rum. Ich schaue es dann immer meine Angestellte an. So, ich baue jetzt eine Werkbönch. Ich baue jetzt eine Werkbönch. Ach, ich bin nur noch. Und wenn die Werkbönch fertig ist, ne? Wo wird denn die dann hingeliefert? So. So. Ähm. Ähm. So. Sehr schön. Aber wo ist jetzt die Werkbank? Reis finden, was müssen wir hier noch? Grundstücksurkunde. Aus deinem Zelt und verstaust in deinem Rucksack. Ja, habe ich ja. Hol die Grundstücksposten von deinem Zelt und wähle sie aus. Beanspruch und land durch Rechtsklick mit den Grundstücksposten. Ja. Ähm. 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 Sekunde. Äh. Lagerplatz. Hier sind diese Grundstücksdinger. Und hier ist meine Werkbank. Und die Werkbank. Rotaten wir und stellen mal hier hin. So. Ich habe eine Werkbank. Sehr schön. Wenn man jetzt auf die Werkbank geht, ne? Ja. Genau. Dann kann man verschiedene Sachen herstellen. Und das Blöde ist, äh, ich muss Bretter herstellen. Und wie stellt man Bretter her? Weiß man nicht. Was ist das hier? Talgkerze. Dann kann ich eine Carved Pumpkin machen. Ah, ja. Mhm. Also, ich würde mich ja campfeiern. Dafür bräuchte ich... Was brauche ich dafür? Stein. Stein. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ah, ja. Wo ist Stein? Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das... Gilt das als Stein? Das ist Limestone. Das ist nicht... Ist das richtiger Stein? Glaub nicht. Kannst du es ja mal versuchen. Ich kann mal... Weil der zeigt mir nämlich immer noch an, dass ich... äh, keinen oder nicht... Wo ist es denn? Campfire. Dass ich noch keinen richtigen Stone habe. Aber was ist denn schon wieder Limestone? Kannst du das nicht mal eben auf Deutsch umstellen hier? Das ist ja unglaublich. Also, diese Inkompetenz von einem Serverersteller ist wieder unglaublich. So, meine Werkbank, wo möchte ich meine Werkbank kennen? Lass mich jetzt ganz eh voll weg. Boah, der kann nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Wo könnte man sowas denn herkriegen? Oh. Man sieht ja den Wald vor lauter Bäumen. Was sind das eigentlich für riesige Bäume hier? Hm. Weil es würde ja erstmal reichen, wenn einer von uns zentralen Campfire macht, ne? Ja. Ups. So beginnt das. So, aber das könnte ja eventuell auch was für die nächste Folge sein, oder? Ja, klar, 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 klar. Ähm, wir sind ja auch... Das ist ja noch gut dabei. So viel zu dem Thema, er hat er im Griff, was ja? Hm. Limestone. Also Limestone scheint nicht das richtige zu sein. Wollen wir den richtigen Stein? So was aber auch. Was denn hier mit hinten? Hinten das ist der richtige Stein, nicht? Ich glaub's eben an, dann siehst du es. Aber das mache ich in der nächsten Folge, sonst wird zu lange. Achso. Okay. Ja gut, dann. Ich bedanke mich für's zu Ende schauen. Oder wir bedanke uns für's zu Ende schauen. Ich bedanke mich für's zu Ende schauen. Schaut in der nächsten Folge gerne mal wieder vorbei. Und... Abmod. Hey. Puzzle, sag was. Panik im Moment. Achso. Ja, das war's wieder. Das war deine Abmod. Mein Gott, bist du vorbereitet. Herrgott im Himmel. Einmal mit Profis, weißt du? Also, wir bedanken uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit für die neue Staffel von Echo und wünschen euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt uns gewogen und schaltet morgen wieder ein, denn da geht's weiter in der wunderbaren Welt von Echo. Macht es gut bis dahin. Ciao ciao. Tschüüüüü.